Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und dass du vielleicht gerade auch irgendwo ganz eingekuschelt bist oder gerade vielleicht einen schönen Spaziergang machst oder im Auto bist und einfach ein bisschen Zeit für dich hast und ich schicke dir auf jeden Fall, wo auch immer du gerade bist, ganz viel Liebe, ganz viel Hoffnung, Vertrauen und ja, irgendwie ist es ganz herbstlich geworden. Ich habe mir hier auch meinen Tee hingestellt und dachte mir, wir machen heute so eine richtig schöne vorherbstliche Mittsommer-Folge. Das ist meine Intention für diese Folge, dass du hier dich wohlfühlen kannst, dich aufladen kannst und ich drei radikale Gedanken, vielleicht sind das radikale Gedanken, ich weiß es nicht genau, radikal hört sich immer so hart an, drei, wie soll ich es nennen, sagen wir ungewöhnliche Gedanken, drei ungewöhnliche Gedanken mit dir teilen möchte, die dich darin unterstützen können, Frieden mit deiner Vergangenheit zu schließen und zu heilen. Und das sind drei Gedanken, die ich mit dir teilen möchte, wo ich dich einladen möchte, ob du sie vielleicht in dein Leben einladen möchtest oder auch nicht, es ist nur ein Angebot, du musst keinen dieser Gedanken aufnehmen, aber vielleicht helfen sie dir, denn für mich sind diese drei Gedanken wie so meine drei Schätze, die mir einfach immer so sehr dabei helfen, wieder in meine Mitte zurückzufinden, in meine Kraft zurückzufinden, in meine Power zurückzufinden und ich hoffe, sie werden dir auch helfen. Und genau darum geht es heute und wir haben im September den großen Heal and Forgive Monat, unter anderem im Higher Self Home, aber ich habe auch für dich ein kostenloses Special vorbereitet oder dir zur Verfügung gestellt, das ist ein E-Mail Special, wo du dich für anmelden kannst und wo du drei Meditationen von mir bekommst. Eine davon ist eine wunderschöne Ho'oponopono-Meditation mit dem hawaiianischen Vergebungsmaterial. Wow, ich bin auf jeden Fall auch noch nicht ganz aus dem Urlaub wieder zurück. Ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen, muss mich tatsächlich erst mal wieder hier so ein bisschen eingrooven. Es war auch ganz komisch vorhin, mich hier wieder hinzusetzen und aufzunehmen. Ich war so, hä, wie geht das nochmal? Fünf und ein Mal schon gemacht, aber naja, gut. Gut, also das hawaiianische Vergebungsritual, das war das Wort, was ich sagen wollte. Und du kannst dir das jetzt kostenlos runterladen. Einfach über den Link in den Shownotes drei wunderschöne Meditationen, die dich darin unterstützen können, zu vergeben, loszulassen und zu heilen. Und hier in dieser Podcast-Folge gibt es ein kleines Vorgeschmäckle da drauf im Sinne von drei Gedanken, die du schon mal in deinen Alltag integrieren kannst, die dich darin unterstützen können, wirklich wieder in deine Power zu kommen, in deine Kraft zu kommen und das, was in der Vergangenheit war, in der Vergangenheit zu lassen, um in der Gegenwart präsent sein zu können, um eine Zukunft erschaffen zu können, die du gerne leben möchtest. Also, let's go, Freunde der Sonne. Ich freue mich drauf. Auf geht's. So schön, dass du da bist. Wie du gerade in meinem Intro gemerkt hast, bin ich noch nicht ganz so wieder da und noch ein bisschen verbaselt in meinem Kopf. Ich war im Urlaub, es war wunderschön und ich bin tatsächlich, heute ist nicht mein Tag, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, deswegen ich übernehme keine Verantwortung für diese Podcast-Folge. Nein, Spaß, ich übernehme natürlich volle Verantwortung für diese Podcast-Folge, aber ich übernehme keine Verantwortung. Auch dafür vernehme ich Verantwortung für all meine Verbaselungen, die ich heute hier wahrscheinlich machen werde in diesem Podcast. Aber so ist das hier nun mal manchmal. Perfekt braucht kein Mensch. Wie geht's dir? Du bist auch gerade wahrscheinlich aus dem Urlaub wieder da. Wahrscheinlich hast du auch Sommerurlaub gemacht. Herzlich willkommen back to reality. Ich weiß nicht, wie es dir geht, an deinem ersten Arbeitstag wieder zurück zu sein. Dann ist man irgendwie erstmal einfach gefühlt noch mit beiden Füßen irgendwo am Strand. Der Kopf ist da, aber die Füße sind noch am Strand. Und ja, für diese Podcast-Folge hier heute habe ich mir überlegt, dass ich gerne mit dir drei Gedanken teilen möchte, wie ich gerade im Intro auch schon kurz angeteasert habe, die dich darin unterstützen können, ein bisschen anders auf dich, auf deine Vergangenheit zu gucken und die dich darin empowern können, zu heilen, Frieden zu schließen mit dir, mit dem Leben, um in der Gegenwart im Hier und Jetzt einfach voll und ganz da sein zu können und glücklich sein zu können und erfüllt sein zu können, um damit in die Zukunft zu gehen und dir einfach ein richtig, richtig geiles Leben zu erschaffen. Denn einer der Gründe, warum wir in der Gegenwart und in der Zukunft nicht glücklich sind oder nicht erfüllt sind, ist, weil wir uns so sehr mit dem Narrativ identifizieren, dass wir über unsere Vergangenheit haben, dass in unserer Vergangenheit irgendwas schiefgelaufen ist, dass uns jemand in der Vergangenheit falsch behandelt hat, dass irgendwas nicht fair war in der Vergangenheit. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir gibt es auf jeden Fall so ein paar Dinge, wo mein Ego sagt, ja, aber das war nicht richtig und das war falsch und warum hat er oder sie das so gemacht, etc. pp. Da können wir ja zurückgehen bis zu unserem ersten Geburtstag, wo wir wahrscheinlich schon Dinge finden werden, die wir uns vielleicht anders gewünscht hätten. Aber hey, das Leben ist das Leben und es passieren einfach richtige Shit-Sachen in diesem Leben. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Entweder lassen wir unseren Kopf in diesem Shit stecken und sehen die ganze Zeit nur Shit und fühlen uns deswegen Shit, weil wir uns die ganze Zeit dieses Narrativ erzählen, dass unser Kopf noch in dem Shit steckt, weil wir ihn da stecken lassen mit diesem Narrativ. Oder wir ziehen unseren Kopf aus dem Shit raus, machen ihn sauber, sagen, es war Shit. Aber jetzt kann ich ohne Shit weitergehen. Und vielleicht habe ich sogar irgendwas aus dem Shit gelernt. So, das war jetzt oft Shit innerhalb von einer Minute. Aber ich glaube, ich habe deutlich gemacht, worum es geht hier heute. Und diese drei Gedanken, die ich mit dir teilen möchte, sind einfach nur Einladungen. Wie du weißt, in meiner Arbeit, in dem, was ich tue, ich habe die Wahrheit nicht gefunden bis jetzt, leider. Ich bin immer noch auf der Suche. Alles, was ich finde, sind so Krümel von Wahrheit, die ich für mich irgendwie in meinem Leben integriere und wo ich merke, okay, das funktioniert gut, das funktioniert für mich, das hilft mir. Und es gibt Dinge, die lasse ich irgendwann wieder los, weil ich merke, es hat vielleicht funktioniert für mich für einen Moment, jetzt funktioniert es nicht mehr. Das ist das Geile in unserem Leben als Mensch sein. Du darfst neu wählen. Es kann sein, dass du vor drei Jahren etwas gedacht hast, etwas geglaubt hast, etwas für dich Wahrheit war. Und heute stellst du fest, es ist anders für dich. Warum? Weil du gelernt hast in diesen letzten drei Jahren, weil du neue Dinge über dich gelernt hast, weil du in dir geheilt bist, weil du andere Sachen loslassen konntest. Und genauso ist es hier auch in diesem Podcast. Mit Sicherheit werde ich in meiner ersten, dritten, fünften, zwanzigsten Folge irgendwas gesagt haben, was ich heute vielleicht anders sehe. Hoffentlich. Wenn nicht, wäre dumm. Wenn nicht, wäre wirklich komisch, wenn ich mich in den letzten sieben Jahren nicht weiterentwickelt hätte. Und das Gleiche gilt auch hier für diese Folge. Es ist einfach nur eine Einladung. Es sind drei Gedanken, die ich gerade feiere, die mir für mein Leben helfen, für meine aktuelle Situation helfen, um Frieden zu schließen mit mir, mit dem, was ist, mit meinem Leben. Und so gut ich kann, im Hier und Jetzt, in meiner Power zu sein, um für mich, für meine Kinder, für die Menschen, die ich liebe, einen schönen Raum zu schaffen, wenn sie mit mir in Verbindung sind. Denn alles beginnt ja in uns. Und es gibt so ein paar Hinweise, an denen du feststellen kannst, wenn du mit deiner Vergangenheit noch nicht ganz so in Peace bist. Es gibt so ein paar Dinge, daran kannst du merken, maybe hängt da noch mein Ohr ein bisschen im Shit drin. Und ich werde dir die jetzt einmal vorstellen, diese Dinge, an denen du feststellen kannst, ob du vielleicht noch auf der einen oder anderen Weise nicht ganz in Frieden bist mit deiner Vergangenheit oder noch alte Vorwürfe mit dir herumträgst. Und dann können dir diese drei Gedanken helfen, die ich im Anschluss mit dir teilen werde. Okay? Also die Anzeichen, an denen du erkennen kannst, dass du mit deiner Vergangenheit noch nicht ganz so easy peasy in Frieden bist, was übrigens auch vollkommen legitim ist. Das Leben ist eine Heilungsreise. Und es gibt auch in mir noch Dinge, wo ich vielleicht noch wütend bin oder wo ich noch nicht vollkommen vergeben habe, weil es ein Prozess ist. Und es gehört auch einfach dazu. Nichtsdestotrotz ist es total wichtig, in die Selbstwahrnehmung zu gehen, in das Selbstbewusstsein zu gehen und wahrzunehmen, okay, da bin ich noch in dem Gräuel, da bin ich noch in der Wut, da habe ich noch diesen Vorwurf. Weil dann kannst du anfangen, dadurch, dass du eben in diese Außenwahrnehmung gehst, dich quasi wie ein außenstehender Beobachter selber wahrnimmst, in die Entscheidung zu gehen, loszulassen. Denn wenn du in der Wut bist, wenn du in dem Gräuel bist, wenn du in dem Vorwurf feststeckst, ist es meistens schwierig, in die Vergebung zu gehen, weil du bist halt ja gerade wütend, du willst ja überhaupt nicht vergeben. Aber wenn du schaffst, in der Emotion zu sein, die wahrzunehmen und dann aber von außen zu sagen, okay, ich nehme wahr, ich bin wütend. Ich nehme wahr, ich habe diesen Groll in mir. Okay, das darf da sein und ich akzeptiere, dass es da ist und ich fange jetzt aber auch an, damit zu arbeiten. Okay, also ich habe es jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Woran kannst du merken, dass du mit deiner Vergangenheit noch nicht ganz in Frieden bist, zum Beispiel an deinem Gefühl, dass du dich wütend fühlst, dass du dich sehr traurig fühlst, dass du irgendwie noch so ein Groll in die hegst, dass du in deinem Bauch diese kleinen Trolle hast, die dir sagen so, oh, ich bin so krass wütend und würde gern, weiß ich nicht, einen Steinberg runterrollen lassen, so ungefähr. Also, dass du in deinem Bauch, wir kennen alle dieses Gefühl, dieses so, oh, Gefühl, dieses irgendwie, ich bin nicht in Harmonie, irgendwas stimmt hier nicht, ich bin wütend, ich bin voller Groll, ich bin traurig. Also diese Gefühle, die so wichtig sind, weil sie uns zeigen, hey, irgendwas ist hier einfach noch nicht in Alignment, irgendwas ist nicht in Frieden in mir. Und das ist ja das, worum es geht, dass du wieder in deinen Frieden kommst, dass du für dich in deinen Frieden findest und deine Gefühle, gerade die in Anführungsstrichen negativen Gefühle, die nicht negativ sind, sondern sie fühlen sich einfach nicht so schön an, sie fühlen sich deswegen nicht schön an, damit sie dich im Wach machen, damit sie dir zeigen, hey, good morning, hier gibt es was zu vergeben, hier gibt es was zu heilen, hier bist du nicht in Frieden, hier bist du nicht in Harmonie mit dir, mit dem Leben, mit dem Universum. Du darfst hingucken, ja, deswegen sind diese Gefühle wichtig und wirksam, wenn wir damit arbeiten. Das nächste sind Gedankenschleifen, dass du dich immer wieder um diesen einen Menschen drehst. Kennen wir alle, dass deine Gedanken immer wieder dahin gehen, immer wieder in dieses, oh, warum hat er oder sie das gemacht und das war so ungerecht und dieses Narrativ, du, 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 was du dir so lange erzählst, dass du es wirklich selber glaubst und gar keinen Zweifel mehr daran hast, dass dir Unrecht getan wurde und die andere Person, der oder die böse ist und du knallst dir dasselbe rein und immer wieder und immer wieder und jeder, der es hören will, kriegt es zu hören und auch die es nicht hören wollen, kriegen es auch zu hören. Also diese Gedankenschleifen, ja, wo wir immer wieder da reingehen, anstatt im Hier und Jetzt zu sein, anstatt in Dankbarkeit zu sein, anstatt in Freude zu sein, anstatt in Verbindung mit unseren Träumen, mit unseren Visionen zu sein, in dem, was wir erleben wollen, erschaffen wollen. Denn was einfach ja auch passiert, wenn wir nicht in Frieden sind mit uns, wenn wir in der Vergangenheit feststecken, dass wir unsere gesamte Energie, unsere Gedanken, unseren Fokus, unsere Emotionen in die Vergangenheit reinballern, wo sie dann festklebt und wo wir dann nicht in der Gegenwart und nicht in der Zukunft sein können. Das ist aber, wo dein Leben jetzt stattfindet und stattfinden wird. Ja, also negative Emotionen, Gedankenschleifen, körperliche Reaktion, ja, auch kennen wir alle, dass wir merken, wenn es uns nicht gut geht, Rückenschmerzen zum Beispiel, Schultern, Nacken, das sind so typische Sachen, auch Magen, ja, das sind so typische Sachen, wo wir feststellen, irgendwas beschäftigt uns gerade auch auf körperlicher Ebene und unser Körper versucht uns gerade zu zeigen, irgendwas ist nicht okay gerade mit uns. Und da habe ich vor, wenn man das vor zwei oder drei Wochen ist die Folge von mir da rausgekommen zum vegetativen Nervensystem. Hör dir die auf jeden Fall nochmal an, da spreche ich im Detail darüber. Das Nächste, woran du erkennen kannst, dass du vielleicht mit deiner Vergangenheit noch nicht abgeschlossen hast, ist, dass du vermeidest, dass du bestimmte Orte vermeidest, dass du bestimmte Menschen vermeidest, dass du bestimmte Gesprächsthemen vermeidest, bestimmte Filme vermeidest, Musik vermeidest. Also alles Dinge, die dich vielleicht erinnern an einen Menschen, an eine Erfahrung. Und es ist auch okay, wenn du das machst aus dem Bewusstsein, dass es dir einfach nicht gut tut und dass du dich einfach nicht daran erinnern möchtest. Das Schöne ist aber, wenn wir wirklich vergeben haben, wenn wir wirklich in Frieden sind, dann merkst du das daran, dass es wie neutral ist, also dass es dir nicht mehr wehtut. Du erinnerst dich noch und du weißt, es hat dir mal wehgetan, aber wenn du das Lied hörst, wenn du den Film guckst, tut es dir in diesem Moment nicht mehr weh. Ja, du hast es wie neutral, du hast diese emotionale Ladung der Verletzung entladen. Es ist jetzt neutral, es ist einfach nur so, ah ja, das ist das Lied, stimmt, das war ja damals, aber jetzt höre ich es wieder total gerne. Du erlaubst dir wieder Dinge neu wahrzunehmen, neu in dein Leben einzuladen. Und ein Punkt, wo du auf jeden Fall auch daran merken kannst, dass du noch nicht so ganz in Frieden bist wieder und noch nicht so ganz vergeben hast, ist Vermeidungsverhalten oder auch Projektion. Also typisches Beispiel, wenn du von deinem Exfreund oder deiner Exfreundin verletzt worden bist, dass du jetzt deinem neuen Partner, deiner neuen Partnerin misstraust oder dass du die Dinge, die er oder sie getan hat, auf deinen neuen Partner projizierst. Und das ist ein riesiger Big Fat Red Flag für dich. Große, dicke, fette, rote Flagge, wo du für dich hingucken kannst, dass du jetzt nicht das, was in deiner alten Beziehung ist, wieder in deine neue Beziehung mitnimmst, sondern dir den Raum gibst, das zu heilen, das zu transformieren und dahin zu gucken. Also das sind so ein paar Hinweise, wo du merken kannst, ah, okay, maybe there is some work to do. Und das Schöne ist ja, dass diese innere Heilungsreise, natürlich ist sie nicht immer nice und auch nicht immer schön, aber sie ist das größte Geschenk, was es gibt, weil sie dir einfach dich selber zurückgibt, weil sie dir dein Herz zurückgibt, deine Freude zurückgibt, deine Hoffnung zurückgibt, dein Lachen zurückgibt, deine Lebensfreude zurückgibt. Und ich glaube, einer der Gründe, warum so viele Menschen so unzufrieden sind in ihrem Leben ist, weil sie sich nicht trauen, diese innere Heilungsreise anzutreten, weil sie so tun, als hätten sie keine Probleme, obwohl ihr Keller pickepacke voll ist mit den größten Problemen, die sie einfach immer wegdrängen und Themen aus der Vergangenheit, die sie einfach wegschließen, anstatt sie sich anzugucken und sie zu heilen und damit zu arbeiten. Wie zum Beispiel durch Vergebung und zwar durch den gesamten Vergebungsprozess. Denn Vergebung, das ist so wichtig. Es geht dabei nicht darum, Vergebung ist nichts, was im Kopf passiert. Vergebung ist nicht diese eine Entscheidung, die du triffst und sagst, ach ja, heute vergebe ich mal, jetzt habe ich vergeben. Nein, Vergebung ist ein tiefgreifender Prozess, der durch unterschiedliche Schichten geht. Vor allen Dingen durch die emotionale Schicht, durch die energetische Schicht, wirklich das Ganze zu verarbeiten, zu integrieren, zu akzeptieren. Und wenn du da durchgegangen bist, dann kannst du vergeben. Vorher ist es einfach nur Bullshit. Vorher ist es einfach nur schön geredet. Ja, ich habe vergeben. Nein, darunter, wenn die Emotion noch da ist, hast du nicht vergeben. Vergeben hast du, wenn du, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn die emotionale Ladung der Erfahrung neutralisiert ist. Wenn du da hingucken kannst und du fühlst nichts im Sinne von kein Schmerz mehr, sondern du bist einfach so, ja, es ist eine Erfahrung, die ich integrieren konnte, die jetzt ein Teil von mir ist und wodurch ich es heute anders machen kann, besser machen kann. Besser im Sinne von bessere Entscheidungen für mich treffen kann. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass egal, welche Erfahrungen du gemacht hast in deinem Leben und mit Sicherheit waren da auch welche dabei, die schmerzhaft gewesen sind und die nicht schön gewesen sind und wo du dir wünschen würdest, sie wären nicht passiert. Aber sie sind passiert. Das ist, was wir einfach leider nicht rückgängig machen können. Sie sind passiert. War das fair in diesem Moment? Nein, aber sie sind passiert. Und das bringt mich zu dem ersten Gedanken, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und hier nochmal der Hinweis. Das sind Gedanken, die ich dir schenken möchte, dass du sie nehmen kannst, auspacken kannst, gucken kannst, ob sie für dich, für dein Leben funktionieren. Und wenn nicht, dann lässt du sie einfach hier in diesem Podcast, okay? Das ist, guck für dich, tun dir die gut, möchtest du sie annehmen? Und wie gesagt, das sind ungewöhnliche Gedanken im Sinne von, das ist kein Mainstream-Gedanke, wie es uns in der Schule beigebracht wird oder in unserem ganzen System, wo es ja immer darum geht, er ist schuld, sie ist schuld. Wie kann ich jetzt vom Außen her mein Gefühl des inneren Mangels irgendwie voll machen, dieses Loch, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein? Vielleicht kann ich das mit Drogen, mit Party, mit, keine Ahnung, mit was, zu viel arbeiten, irgendwie stopfen, stopfen, stopfen. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit lernen. Das heißt, die Gedanken, die ich dir jetzt hier vorstellen möchte, die sind anders. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, wirst du sie schon mal gehört haben, so oder so, auf eine oder andere Art und Weise. Aber ich dachte, ich fasse die hier nochmal ein bisschen, ein bisschen zusammen. Also der erste Gedanke, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist tatsächlich ein Gedanke inspiriert von dem wundervollen Eckart Tolle. Viele von euch kennen ihn bestimmt, The Power of Now, ganz, ganz toller spiritueller Lehrer. Und ich habe kürzlich einen Podcast mit ihm gehört. Und dann hat er einen Satz gesagt, den ich richtig gut fand. Und den möchte ich gerne mit dir teilen, diesen Gedanken möchte ich gerne mit dir teilen, weil er mir wirklich seitdem sehr geholfen hat. Und zwar ist es ein Gedanke, der, ich mache spannend, du wirst jetzt gerne wissen, welcher es ist, aber ich verrate es dir doch nicht. Gleich geht es los. Oft ist es ja so, dass auch in der spirituellen Szene das oft gesagt wird, du bist für alles verantwortlich. Wozu hast du dir das kreiert? Wozu hast du dir das kreiert? Und es ist für mich auch völlig legitim, diesen Ansatz zu haben und dahin zu gucken. Ich mache das bei mir selber auch gerne, wirklich zu sagen, wozu ist das in meinem Leben? Wozu habe ich mir das kreiert? Aber manchmal ist da natürlich dann auch so eine Stimme in einem, die sagt so, ja, wozu soll ich mir jetzt diesen Unfall zum Beispiel manifestiert haben? Ja, was für Bullshit. So habe ich nicht bisher, was im Außen passiert ist. Und da hat Eckart Tolle was sehr Kluges gesagt, was ich gerne mit dir teilen möchte. Also erstmal geht es ja natürlich darum, den Moment, so wie er jetzt ist, zu akzeptieren. Ja, das ist ja immer das Allerwichtigste. Solange wir nicht akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, können wir ja gar nicht in die Heilung gehen. Solange du im Widerstand bist, wirst du ja nicht die Entscheidung treffen, zu heilen. Das heißt, der erste Schritt ist, den jetzigen Moment so zu akzeptieren, wie er ist. Mit der Traurigkeit, die vielleicht gerade da ist, mit der Wut, die vielleicht gerade da ist, mit der Hilflosigkeit, die vielleicht gerade da ist, mit dem Unverständnis, was vielleicht da ist. Also diesen Moment so zu akzeptieren, wie er ist. Als ob du ihn gewählt hättest. Und zwar nicht, dass du ihn gewählt hast. Es geht nicht darum, dass du diese Erfahrung gewählt hast, sondern du stellst dich auf den Standpunkt, dass du den jetzigen Moment oder den damaligen Moment so akzeptierst, als ob du ihn gewählt hättest. Und ich finde, dieses als ob du ihn gewählt hättest, gibt einem nochmal eine ganz andere Power, weil es eben dieses, es nimmt dieses Gefühl, was bei manchen dann kommt, von Schuld raus, weil es geht hier nie, es geht nicht, es geht sowieso nicht um Schuld, aber ich kann verstehen, dass es in manchen Menschen dann dieses Gefühl gibt von, hä, aber ich bin doch nicht schuld daran. Nein, bist du überhaupt nicht. Akzeptiere den Moment, auch der, der war, so, als ob du ihn gewählt hättest. Und ich finde, es gibt einem eine solche Power, oder? Wenn man sagt, natürlich hätte ich mir gewünscht, es wäre anders gelaufen, aber wenn du dir vorstellst, ich habe diesen Moment gewählt. Ich stelle es mir einfach vor, als ob ich diesen Moment gewählt hätte, als ob es genau das gewesen wäre, was ein tieferer, ein tieferer Teil von mir sich für mich gewünscht hat, in Anführungsstrichen, gewählt hat, um wachsen zu können, um eine Erfahrung machen zu können, von Heilung, um eine Erfahrung der Vergebung machen zu können, um eine Erfahrung von Selbstliebe machen zu können, von Abgrenzung machen zu können. Und ja, dieser Gedanke ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, weil es sehr, sehr stark mit Selbstverantwortung einhergeht, aber gleichzeitig ist er so powerful. Also nimm mal gerade irgendeinen Moment aus deiner Vergangenheit, der dir noch so ein bisschen sauer aufstößt, wo du sagst, warum ist mir das passiert? Und dann stell dir vor, du sagst, ich akzeptiere diesen Moment in meiner Vergangenheit, als ob ich ihn selbst gewählt hätte. Und guckst einfach, was es mit dir macht, im Sinne von, dass es dir die Power zurückgibt, anders darauf blicken zu können, anders jetzt auf deine Heilungsreise blicken zu können. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass du daran schuld bist, was passiert ist. Das ist mir auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig. Sondern es geht darum, dass du in deine innerliche Freiheit zurückfindest, dass du in dein innerliches Gefühl der Selbstliebe zurückfindest, der Selbstvergebung zurückfindest, der Heilung zurückfindest, des Gefühls, dass du wertvoll bist, dass du dieses Leben verdient hast, dass du glücklich sein kannst. Und dafür ist es einfach wichtig, mit unseren Erfahrungen im Frieden zu sein. Nicht im Sinne von, das war alles toll und klasse und Gott sei Dank ist mir das alles passiert, sondern im Sinne von, es ist mir alles passiert und ich kann das nicht wegmachen aus meinem Leben. Und ich blicke so darauf, als ob ich es gewählt hätte. Denn wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, dass ich es gewählt habe, kann ich anfangen, ganz anders damit zu arbeiten, kann ich anfangen, mir meine Power in dieser Erfahrung zurückzuholen. Also ich hoffe, dieser Gedanke kann dir helfen. Nimm ihn mit, wenn er für dich funktioniert, wenn nicht, lass ihn gehen. Der zweite Gedanke ist ein Gedanke, der so ein bisschen mit dem Missverständnis aufräumt, dass wir nur vergeben können, wenn der andere sich oder die andere sich bei einem entschuldigt. Oder dass, wenn wir vergeben, dass es so ist, als würden wir dem oder der anderen, die uns vielleicht Unrecht getan hat, Recht geben. Ja, also wir sagen, ich vergebe nicht, denn wenn ich vergeben würde, wäre es ja so, als wäre es okay gewesen, was passiert ist. Und den Gedanken, den ich jetzt mit dir teilen möchte, der ist das Gegenstück dazu. Und zwar ist der Gedanke, ich liebe mich selbst mehr, als ich den anderen hasse. Ich liebe mich selbst mehr, als ich den anderen hasse. Und das Hasse ist jetzt ein starkes Wort, das ich selber so nie nutze. Es gibt niemanden, den ich hasse, weil ich glaube, es ist Quatsch, jemanden zu hassen. Aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die andere Menschen hassen. Und die sagen, ich kann diesen Menschen nicht vergeben, weil er oder sie mir so viel Unrecht zugefügt hat. Wo richtig Hass da ist. Du kannst es auch abschwächen und sagen, ich liebe mich selbst mehr, als dass ich dem anderen Recht geben möchte. Und worum es bei diesem Satz geht, ist ganz tief in dir zu verstehen, dass das dein Leben ist. Das ist dein eigenes Leben. Es gehört dir, inklusive aller Erfahrungen. Die sind alle in dir, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Geist. Und in dem Moment, wenn du dir die Erlaubnis gibst, dich selbst mehr zu lieben, als dem anderen das Recht zu geben, frei zu sein, im Sinne von nicht mehr schuldig zu sein. Das ist der Moment, wo du in dir wieder frei wirst. Weil nur weil du vergibst, heißt es nicht, dass der andere unschuldig ist. Es heißt, dass du dich selber liebst und verstanden hast, dass du nicht länger das Gift trinkst, von dem du willst, dass es der andere eigentlich trinkt, weil du nicht vergibst. Ich liebe mich selbst mehr, als dass ich den anderen hasse. Im Sinne von, dieses Leben gehört dir. Und du darfst für dich die Entscheidung treffen und durch deinen eigenen Heilungsprozess gehen, das loszulassen, das zu integrieren, das ein Teil von dir werden zu lassen, im Sinne von, dass diese Erfahrung, wie im ersten Schritt, in dem ersten Gedanken, ich akzeptiere jeden Moment so, als ob ich ihn gewählt hätte. Ja, ich akzeptiere jeden Moment so, als ob ich ihn gewählt hätte. Dich zu dem zweiten Gedanken bringt und ich liebe mich selbst mehr, als dass ich den anderen nicht mag. Ja, sagen wir es so, wir müssen ein bisschen abschwächen. Und das gibt dir eben die Möglichkeit, deine eigene Gesundheit, deinen inneren Frieden über alles andere zu stellen. Und es gibt eine ganz spannende Studie. Das ist eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2020, geleitet von Kathleen Long. Und die hat den Zusammenhang zwischen Verzeihen und psychischer Gesundheit untersucht. Und dabei sind 54.703 Krankenschwestern begleitet worden in einer Langzeitstudie. Und die Probandinnen wurden 2008 zu ihrem Verhalten bezüglich Vergebung befragt und später in den Jahren 2013 und 2015 auf ihr Wohlbefinden untersucht. Und das Ergebnis ist, dass Personen, die öfter vergeben haben, eine bessere psychische Gesundheit aufgezeigt haben im Langzeitverlauf. Vergebung war mit geringeren Symptomen von Depression und Ängstlichkeit sowie höherer Lebenszufriedenheit verbunden. Die Studie legt nahe, dass Verzeihen positive Auswirkungen auf die Psyche hat und nicht umgekehrt. Ja? Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Liebe dich mehr, als dein Wunsch danach, Recht haben zu wollen. Als dein Wunsch danach, auf Rache zu pochen oder auf darauf, dass sich jemand bei dir entschuldigt. Vielleicht wirst du dein Leben lang darauf warten, dann hast du dein ganzes Leben verpasst. Das ist doch Quatsch. Es ist passiert. Es ist schon da. Du hast die Erfahrung schon gemacht. Wie lange willst du sie noch mit dir rumtragen, emotional? Oder willst du gerne die sweeteste, die süßeste Rache, die du jemandem geben kannst, der dich verletzt hat, ist richtig, 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 richtig glücklich zu sein? Es gibt keine süßere Rache im Sinne von zu sagen, hey, ja, was shit, aber look at me. Look at me how happy I am. Ja? Das ist ja das, was die meisten Menschen am Ende am meisten ärgern wird. Viel mehr, als das, wenn du die ganze Zeit sauer und traurig bist. Ja? Also, liebe dich mehr, als dem anderen dein Leben lang diesen Vorwurf vor die Nase klatschen zu wollen. Weil dem anderen oder der anderen ist das vielleicht vollkommen schnurzpiepsigal. Aber es ist dein Leben. Und das bringt mich zum dritten Gedanken. Der dritte Gedanke ist, ein kurzer Gedanke, aber ein wichtiger Gedanke, ich bin verantwortlich für mich. Ich bin verantwortlich für mich. Und dieser Gedanke ist insofern so kraftvoll, weil, und ich habe auch diese Folge zum Reparenting gemacht, die solltest du dir auch unbedingt mal anhören, denn häufig ist es so, dass wir irgendwo in uns noch diesen Vorwurf haben, zum Beispiel an unsere Eltern, dass sie irgendwas wieder richtig machen sollen, was sie aus unserer Sicht verbockt haben. Und dass wir unser Leben lang wie in uns diesen Gräuel tragen oder diesen Vorwurf auch an unsere Eltern haben oder an die Menschen haben, die uns großgezogen haben, dass sie irgendwas wieder richtig machen sollen. Und das suchen wir dann in unseren Partnern und projizieren es auf unseren Mann, auf unsere Frau, auf unsere Freundin, unseren Freund, unsere Arbeitskollegen, was auch immer. Weil wir selber nicht die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen. Weil wir nicht die Verantwortung für den Schmerz in uns übernehmen. Weil wir nicht die Verantwortung für unser Herz übernehmen. Für unsere Gedanken, für das Narrativ in unserem Kopf. Und wenn du dich auf diesen Standpunkt stellst, ich bin verantwortlich für mich, ich bin verantwortlich für die Gefühle in mir, ich bin verantwortlich für die Gedanken in meinem Kopf, die ich immer wieder wiederhole und wiederhole. Ich bin verantwortlich dafür, ob ich mir Hilfe suche, ob ich dafür sorge, dass jemand mich darin unterstützt, diesen Gedankenstrom mal zu hinterfragen. Ich bin verantwortlich für mich selbst. Ich darf mir Hilfe holen. Ich darf mir Unterstützung holen. Ich bin verantwortlich für meine eigene Heilung. Es wird niemand in mein Leben kommen und sagen, los, ab zur Heilung. Vor allen Dingen nicht, wenn du es nicht willst. Du bist verantwortlich für dich. Und ein Gedanke, der in diesem Kontext auch noch so wichtig ist, ist, dass wir, und ich habe das auch lange gemacht, dass ich dachte, wenn ich nur genug Bücher gelesen habe und genug Podcasts gehört habe und was auch immer gemacht habe, komplett im Kopf, dann heilt auch der Schmerz. Und in den letzten Jahren habe ich für mich nochmal auf so einer tiefen anderen Ebene verstanden, dass der Kopf ist nicht für die Heilung da. Dein Herz ist für die Heilung da. Du heilst durch Erfahrung. Du heilst dadurch, dass du tief in die Erfahrung gehst. Dass du dir erlaubst zu fühlen. Dass du dir erlaubst, da reinzugehen. Dadurch heilst du. Der Kopf kann dich darin unterstützen. Aber die tiefen Themen in dir, die wirst du mit deinem Verstand nicht heilen können. Sondern die wirst du auf körperlicher Ebene heilen können. Und auf seelischer Ebene und auf emotionaler Ebene. Und dafür braucht es Mut, da hinzugehen und sich Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen von Menschen, die da drin ausgebildet sind, und dich genau da drin zu unterstützen. Sei es Menschen, die auf körperlicher Ebene arbeiten. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt hier im Podcast. Grimberg-Methode finde ich eine fantastische Methode. Breathwork-Techniken, fantastische Methode. Such dir halt immer Leute, die das gut können, die dich gut darin unterstützen können. Es gibt fantastische Psychotherapeuten. Es gibt fantastische Coaches. Es gibt so tolle Menschen, Hypnotherapeuten. Es gibt so viel EMDR. Es gibt so viele coole Dinge, die uns, die jedem Menschen dabei helfen können, die Themen aufzuarbeiten und dahin zu gehen und dahin zu gucken. Ich bin verantwortlich für mich. Du bist verantwortlich dafür, die Entscheidung zu treffen, loszulassen, deinen Kopf aus dem Shit rauszuziehen, aufzuhören, dir dieses Narrativ zu erzählen, bei dem du immer wieder selber schlecht abschneidest. Deine Verantwortung. Und Verantwortung heißt, die Antwort zu geben. Zu sagen, welche Antwort will ich auf meine Vergangenheit geben? Welche Antwort will ich auf die Gegenwart geben? Welche Antwort will ich auf die Zukunft geben? Das bedeutet Verantwortung. Und wenn du keine Verantwortung übernimmst für dein Leben, für deine Vergangenheit, für deine Gegenwart und für deine Zukunft, dann wird jemand anderes die Antworten darauf geben. Und die Frage ist, magst du die Antworten, die jemand anderes darauf gibt? Oder möchtest du nicht sagen, nein, ich bin verantwortlich für mich, für mein Leben. Ich möchte die Antwort geben auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich möchte die Entscheidung treffen, auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe, eine powervolle Antwort zu geben, nämlich, dass ich diese Seele bin, die hier ist, um sich zu erfahren, sich zu entfalten. Und ja, es gibt Dinge, die mir wehgetan haben. Und gleichzeitig weiß ich, dass in mir dieser unzerstörbare Teil ist, der einfach nur lieben möchte, leben möchte, heilen möchte und das Licht in die Welt tragen möchte. Und das ist immer die Frage, welche Antwort möchtest du geben auf dein Leben, auf deine Erfahrungen, auf deine Gegenwart, auf deine Zukunft und auf deine Vergangenheit? Und ich hoffe sehr, dass dir diese drei Gedanken helfen oder dass einer dieser Gedanken dabei ist, der dich darin unterstützt, einfach wieder zu dir zurück, in deine Power zu kommen, zu sagen, ich bin hier als die Schöpferin meiner Erfahrung und ich will mich hier ausleben und austoben und zum Ausdruck bringen. Ich akzeptiere den Moment so, als ob ich ihn gewählt hätte. Ich liebe mich selbst mehr, als dass ich den anderen hasse. Ich liebe meine eigene Gesundheit, mein Leben, mein Glücklichsein mehr, als dass ich will, dass irgendwas in der Vergangenheit sich verändert, weil ich verstehe, dass sich die Vergangenheit nicht verändern kann, aber meine innere Welt. Und ich bin verantwortlich für mich, für mein Leben. Ich gebe hier die Antworten. und ich entscheide, wie ich mich fühlen möchte, wie ich durch dieses Leben gehen möchte. Ich hoffe, du konntest, ja, was für dich daraus mitnehmen und dass dir diese Folge gerade ein bisschen was schenkt und Hoffnung vor allen Dingen schenkt. Und wie gesagt, du kannst dir jetzt mein kostenloses Healing for Gift Special runterladen, drei richtig powervolle Meditationen und per Mail kriegst du noch so ein PDF mit ein paar Reflexionsfragen, die du dir runterladen kannst. Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, Vergebung sehen wir uns sehr, sehr gerne jetzt im September im Higher Self Home, wo wir in dieses Thema einsteigen werden. Und ja, what else? Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram sehen, at lauramalinaseiler, kommentiere da gerne unter dem Post von heute zu der Podcast-Folge, welcher dieser drei Gedanken hilft dir und auch super gerne, was ist ein ungewöhnlicher Gedanke, der dir in deinem Leben geholfen hat? Was ist ein ungewöhnlicher Gedanke, der dir in deinem Leben geholfen hat? Fühl dich von Herzen umarmt, das ist so, so schön, dass es dich gibt, lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf, bitte, sei lieb und gut zu dir und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören in einer neuen Folge Happy, Holy & Confident. Rock on und Namaste, deine Laura. Warne Cosm brown. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020